ja dann mal los ihr könnt ja schon mal los flitzen mit der walt jawohl ich mache ein bisschen kalt ok ja dann kann man macht eisen das klingt sehr gut hier sind ja gar keine auswahlmöglichkeiten du hast noch nicht hier ja auch gar keine ich kann auch gar keine volumente worden du musst mit dem förderband hoch spoiler alert mich echt du musst mit dem förderband hoch hast du noch eisen ja 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 und dann muss auch erstmal mit mobilen meiner arbeiten ja 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 noch kein strom also kannst schon strom verbinden aber wenn man noch nichts richtig das ist schwierig wenn jetzt so vom anderen spielstand kommt also gar nichts ja gut ich gehe mal an die hat und dann wählen wir mal aus was wir als erstes bauen wurde fundamente splitter und splitter auch genannt inventarplätze dann können wir auch schon auf manufaktur gehen kupferblech rotoren kram und kettensäge das sprung hat auch ganz wichtig oder mk2 bänder ich freue mich schon auf die kettensäge ja am anfang haben wir die biomasse ist immer schwierig natürlich allerdings alter und vollgas wichtig ist immer erst mal die dinger wegbauen eine halbe stunde lang ich würde fast sagen dass wir damit anfangen dann fangen wir an mit dem mit dem hindernis beseitigung also dann haben wir die kettensäge der brennstoffe und ein paar inventarplätze brauchen dafür 500 schrauben 100 kabel 100 beton schrauben müssten wir dann und die kabel schon herstellen aber das können wir an der werkbank erst noch bewältigen so was nehmen wir auch immer schön mit hier verärzt die aktuellen meilensteine sind immer ja oben rechts abgebildet im bildschirm bei jedem genau wir arbeiten jetzt auch mal noch mit mobilen meinern später kann man ja die großen dinger draufsetzen wo sie hier meiner mk1 werden ja auch automatisch was sind mit den geschenken fabi hier liegen 20 stück rum ja ich bin noch vom inventar voll gewesen jetzt bin ich sage mir die gleich mal ein das ist die kann man dann später in die die man das ist eine forschungseinrichtung legen und kann damit sachen erforschen derzeit ist das x was special noch im gang aber nur noch hoffentlich zwei bis vier wochen dann kommt das nächste update 4 hoffe ich aber eigentlich immer schon strom ist auch gar nichts wir haben nur an der ab 2 biomasse generatoren ja gut das ist eine gute sache genau nicht vergessen wenn ihr die möglichkeit habt mehr mobile meiner zu bauen könnt ihr auch mehr mobile meiner indem ihr sie in hand nehmt einfach auf die minen schmeißen das heißt auf eine mine können ohne ziemlich viele mobile meiner ja genau ich glaube 10 20 hat man auch schon mal draufstehen ja du hast 20 stück geschmissen einfach auf kuppern ja das habe ich jetzt vor auf kupfer ja komische geräusche sogar mal klarkommen wieso kann ich die kleinen pflanzen aufsammeln ich glaube das sind kleine bäume die k 얼마나 haben noch nicht das ist für mich auch unbekannte ja das ist ein neues bio 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 nördlicher wald so heißt ich habe mit der schwierigkeit weil das jetzt hier ja kann man sehen ja wir haben ja schon mal wir haben schon mal rein gestartet jeder hier jeder weißt du grob was abgeht das auch glaube ich ganz gut zu wissen komplett im endgame waren wir noch nicht aber so fast ja das auf jeden fall so den schmeißen an hier ach so warte mal ist das hier eben kurz hier gucken können sie mich aus wie man sieht dass sie hier stehen das heißt man die sind voll und kann man da alles rausnehmen man sieht jetzt arbeiten sie wieder das heißt es ist nicht voll man kann auch zwischendurch aus nehmen und wie ich sie mal von die haupt machen am anfang immer steigen und springen das ist allerwichtigste damit ist man immer schneller und geht dann schneller so genau die wehrwagen ist relativ günstig man sollte immer das material dafür dabei haben das sind nur drei eisenplatten und eisenstangen kann man die überall hinsetzen wo man möchte wenn man die abbaut kriegt man das komplett auch wieder wir hätten jetzt am besten die lehrtaste gedrückt und dann fertig da durch bis es leer ist oder bis die werkbank sagt ich werde zu heiß und dann muss man mal zu pause einfach irgendwas schweres drauf liegen ich bin so dumm heftig wie wollen wir das machen mit den ressourcen wollen wir die erst mal hier draußen offen hinlegen oder wollen wir die kiste an der abnehmen also ich brauche jetzt erstmal kupferbarren ohne ende die könnt ihr euch dann auch nehmen die lege ich ja schon gemacht ja ja ich würde sagen wir können das denn herunterführen was willst du runterführen runterführen ich brauche das nach oben aber auf eisenplan verrückt für der förderwender ich brauche draht ja ich habe hier kupferbarren hier warte rechtsklick halbiert man den stapel man sieht auch links in den rezepten jetzt wenn ich jetzt hier weiterhin gedrückt halte und mehr kupferbarren erschaffe dass man bei draht zum beispiel sieht es steigt wie viel draht ich herstellen kann mit dem anzahlen die kupferplatten und verbarren schmelzi 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 so alten waren ich habe eigentlich gedacht kann ich habe vorher nicht welche waschen eisenbahn habe ich kommt her kannst du hier zwischen uns legen wenn du willst wie viel brauchst du denn da so 150 würde ich 50 nehmen dann hat jeder jetzt 100 jemand war hier an meiner mainmaschine keine ahnung wovon du redest wenn man jetzt in dem baumenu ist kommt man mit kuh rein kann man jetzt hier zum beispiel den meiner auf diesen minen setzen dafür kann man jetzt zum beispiel um sich das rezept einblenden zu lassen ja rechts an der seite plus klicken kann dann auch sagen okay ich brauche zwei meiner für meinen auftrag und dann kann man hier sehen okay mir fehlen fünfte beton und zwei mobile meiner das ist ganz gut wenn man später größere sachen bauen muss komplexere sachen wo man viele teile verbraucht die man auch nicht unbedingt immer dabei hat dann ist das auf jeden fall von vorteil wenn man dann los rennt und weitere strecken auch zurücklegt dann bietet sich das auf jeden fall an ich setze hier noch meine ausbildungswerkstatt hin weil wenn wir jetzt die mobilen meiner brauchen oder so ja hier unten steht jetzt beton und so läuft schon mal so ein bisschen sehr gut ja das ist sehr gut ja die kisten entstehen immer wenn das inventar voll ist und man zum beispiel das abreißt in dem fall habe ich den minor aufgenommen und über 100 kupfer drin jetzt liegen da 100 kupfer rum dummerweise ja nicht mehr lange mausrad drehen wir das ganze jetzt in die richtung wo wir die laufbänder hinführen wollen und dann ist es los keine stangen das ist natürlich demnächst schon wieder ich habe ja die ausbildungswerkstatt gebaut wir haben meine letzten stangen verballert aber mit der werkbank nehme ich mal nach hinten auch äh 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 dicker wie nehme ich denn die meiner wieder auf hier da steht es ja da steht ja da musst du die drauf drücken das ist schon so lange her dass ich damit gearbeitet bis jetzt mal e und dann meine aufheben habe ich direkt verdrängt so was wir jetzt in dem falle machen wir werden hier den schmerz oben bereits hinsetzen dahinter der strg kann so ein bisschen länger um bleibt dahinter setzen wir direkt den konstruktor denn hier werden nur kupferbarren produziert und kupferbarren kann man nur herstellen den draht das andere ist kann man nicht das kupferbarren herstellen das heißt man kann hier direkt hinter den konstruktor setzen doch das blech kann man halt erstellen ja stimmt brauchen aber noch nicht wo hat der macht sogar 120 das ist auch er ist alles rein hier ja gut aber erst mal dahinter orange rein das heißt es reine quelle es gibt unrein normal und rein ja und rein ist 120 in der förderung normal ist 60 und unrein ist 30 wenn hier meine und dementsprechend kann er produzieren wobei wir jetzt hier noch am anfang das problem haben dass das laufband was wir haben nur 60 ressourcen pro minute transportieren kann das heißt erst wenn wir das nächste förderband haben lohnt es sich dann auch das förderband zu splitten bzw es lohnt sich jetzt schon das förderband zu splitten weil man nur 30 in dem erzbrauch um kupferbarren herzustellen hier vorne noch strom anschließen wahrscheinlich bricht gleich das netz ein aber ich sehe schon dass die anderen auch schon fleißig an strom angeschlossen haben natürlich komme ich hier mit 17 maschinen wahrscheinlich für das zu viel sein gibt zehn maschinen was das so gebaut oder spaß noch ein bisschen draht und bisschen kabel zu stellen natürlich brauchen stromkabel kabel da ist hier noch ein pfeiler frei ach so hat das gemacht so meins weg links ran und dann gehe ich von deinem ab ja genau muss nur noch an den linken dran gehen da ich habe auch gerade wieder was mit ich merke ich brauche wieder draht so genau hier kann man dann auch sehen den verbrauch dass die orange linie produktion und die kapazität die insgesamte also ganz viel geht noch nicht mehr ran dann bricht das zusammen da muss dann entweder was abklemmen oder das halt erweitern mit dem biomasse brenner die machen auch ein bisschen mehr als die jetzt am anfang gehen gehabt sind dann geht es ab gibt ja nix 79 mit dem schwamm ist ein andersherum stromaushalt ist immer ein wenig wort das passiert gefühlt alle zwei minuten standard jetzt habe ich gerade erstmal blüten bitte reingeschmissen man sieht aber die halten nur fünf sekunden einen blüten platz in fünf sekunden genau das sind 0,8 aber blätter hat man halt eigentlich immer mehr so ich gehe mal ein bisschen fahren wieso kann ich mir noch gar keine ach ich kann noch gar keine dings bauen das verraff ich auch total das belastende ja die betonplatten kann noch gar nicht bauen brauchte ich sofort wir müssen das erforschen da forschen wir als nächstes drauf der scheiße ist das jetzt komplett umsonst abgerissen beton ist ein bisschen was hinten drin aber noch nicht viel das wahrscheinlich kleinen moment warten ich habe sonst noch was am mahn dabei es reicht ja ich wollte nur ein bisschen was ok dann ist gut so dann steige ich jetzt mal bei euch ein da oben mit weil so ein beton hier rein ist ja useless sonst hier wird weg einschmeißen machen wir das jetzt ist der ganja liegt hier auch schon los ganja hat das auch nicht verstanden dass wir erstmal zu hab bauen wollen was denn? wo wollen wir hier bauen? wohin genau ja zwar richtung hab haben wir gesagt damit wir nicht so weit laufen müssen um die ersten ressourcen zu holen achso aber du kannst ja jetzt die eisenplatten zu abbauen also u-türen rein tja ach man ja sind wieder alle werkbänke belegt hier wo krieg ich denn den wo hat das nochmal? ach den meiner suche ich der war hier glaube ich ich habe sonst einen, brauchst du einen oder? naja ich brauche mich schnell rein den mobilen ich habe sonst einen über noch kann ich den geben das war ja ein sport aller hab mich nicht ausgewählt sondern gehe jetzt schon wieder wenn der fuß am bau ist dann ist immer schlecht so draht kommt da ja 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 ich habe eine mitgenommen ja 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 am anfang ist es auch nicht so wichtig dass es du glaubst du glaubst das gibt mir alles wieder ist schon weg schon verbraucht ja gut dann muss ich dich jetzt leider töten jetzt belegt er auch noch die bank alter war wie der kunde einfach die eine bank abgerissen wird hier wechseln dritte gebaut erreicht die weg was gibt es denn hier schönes ja nix mehr ich baue jetzt hier eine banke ne hier ich baue die gleich wieder ab jetzt zählt dann wieder eine am start klaut er mir hier meine ganzen barren raus was los war mir rechts einmal wieder die bank ab ich baue jetzt eine neue er setzt sie einfach wieder weg keine keine eisenstangen deswegen konnte ich keine bauen alle belegt dann stehe ich da ja am anfang ist natürlich ein bisschen langweilig man muss ja alles selber machen es von hand so ein bisschen bauen aber wenn erstmal alles automatisiert ist dann läuft der habe so die grundlegenden sachen richtig wie viel eisen hast du mitgenommen tobi wenn sie 90 oder was ja ich glaube dass sie daran dass ich glaube wir können es sagen die dings natürlich auch noch eine zweite anschließen aber ich glaube dann macht das stromnetz direkten abflug so hält der schrauben ist auch durch schon mehr als die hälfte auch hier kommt auch noch mal sehen hier kommt 120 raus die gehen übers band die könnte der kann das noch gar nicht so viel tragen 60 und denn im 30 in der minute an macht 30 teile raus und danach richtet sich dann wieder danach die produktion und so wird es dann immer weiter was man hier aufhören wird ist das dass man dumm ist man baut dann irgendwie sachen und dann sind die völlig useless oder das passiert dann öfter mal wieso liegt hier der kalkstein habe ich eingeloppt braucht sie nicht aber da müssen ja auch dings reinkommen ja ja gut dem konstrukteur ist nichts zu schwören ich glaube wir müssen uns gleich um strom kommen ja das habe ich auch das kommt früher oder später ja jetzt war ich schon wieder vorbei ich glaube früher Wie fühlst du wieder betungen? Junge, Junge Kommt hinten langsam an Gut Draht füllt sich auch Das ist gut, den hau ich auch gleich durch und dann ist das fällig Go up, man! Oh, ich hab mir alles genommen, das war dumm Was war das denn? Kalkstein? Den haben wir wieder reingetan, ne? Warum ist da Kalkstein drin? Habe ich einfach reingedroppt, hatte kein Platz mehr Hattest du schon mal gesagt? Ja Ich wiederhole mich Wie sieht es aus mit dem Strom? Du haust jetzt hier ab Strom ist weg, gibt's nicht mehr Thomas hat sich glaube ich eben abgemeldet, ich weiß aber nicht welcher Kreis das war, ob der oben oder unten Ich hab die verbunden miteinander Ach so, dass beide bei einlaufen? Ja, ja Okay Also sollte Und du sagst Guck mal, es leuchtet alles rot Das ist gut Gutes Zeichen Aber ich soll es noch ein biomonster Sehr gut Ne, kann ich nicht Tatsächlich Was kommt hier vorne jetzt an? Stahlplatten? Kann schon Wo sind die ganzen Tobi Was ist Das Draht ist weg Ja klar Oh, komm mal um rechts Hast du schon wieder eine abgerissen? Nein Er baut sie Ich hab's noch gehört So Und läuft, abgefeiert jetzt müssen erst mal warten zwei minuten bis wir dann wieder weitermachen können das ist wichtig die kennen sie ist ganz schön teuer das ist nicht so teuer da steht hier oben die zeit zweieinhalb minuten noch oder was dann kommt hier das raumstück wieder abgehauen ist und dann kann man wieder von vorne anfangen macht man sich voll erweitert wieder seine baumöglichkeiten über ganzer strom ausfallsig oder überall überall ach so wie gesagt ist alles ein netz jonas im renner bauen ich kann ich konnte auch nicht bauen ich bin dabei hier kommt ja nichts an der sturm aus kommt auch kein platten an gar nichts an er wird rutschroten aber alles klauen das wichtig ich habe es gleich ja teuer so ein biomasse moppel auch natürlich viel rad weil wegen strom ja so jetzt ist er hingestellt mit ja erst meine dass wir gleich platten haben jeder mal im stelle ist ein bisschen sprit holen weiter läuft erstmal wieder hast du genug sprit ja es derzeit über 500 das ist gut für 500 grad sonst ist der sprit in der hab in der kiste alles klar aber jetzt noch kommt da wieder kabel kommt jetzt da gleich neben dem rad nicht gleich da genau ich bin sehr gut ich bin faktisch ich bin ich bin ich bin eigentlich So, der Tobi hat es vorhin auch schon erklärt, ich zeige es nochmal, also hier sieht man das jetzt, dieser Ausgang 20, Band haben wir gesagt hat nur 60, das heißt hier kommen 60 an, wobei er nur 30 verarbeiten kann, das heißt man könnte das Band nochmal splitten und eine Hälfte zu einem 2 führen, von der Ausgabe her hat er 30, Draht braucht 15 pro Minute, das heißt auch den könnte man wieder hier splitten, so dass man sagen kann, eine Mine derzeit mit den 1er Bändern kann 2 schmelzen und 4 Kontoren betreiben, um 120 Draht die Minute rauszubekommen, als Beispiel. Jetzt mal ein weiter geht und sieht okay, 30 kommen hier raus, 60 pro Minute braucht er, um rund zu laufen, um 30 Kabel die Minute rauszubringen, das heißt man müsste 2 verbinden, 2 Draht konstruktoren, um die Kabel auf 100% zu bringen, sage ich mal. Man sieht das hier, das auch, jetzt wartet er wieder und sagt, hey wo ist das nächste und erst dann arbeitet der. Aber das kommt als nächstes, würde ich sagen, ne? Ja, wir machen nix, läuft ja schon mal so ein bisschen grob, sage ich mal, und dann können wir in der nächsten Folge ja ein bisschen mehr automatisieren und dann wahrscheinlich ja auch die Betonplatten zum Einsatz bringen, dass man da sie ein bisschen hübscher schon mal aufbaut. Ich glaube, das bringt dann schon mal was. Ne, das ist ja nicht so geordnet, dann steht das Strom kreislauf, denken wir noch ein bisschen erweitern, dass wir da weiterkommen. Ich habe direkt das 2,1, 2,1. Ja, 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 reich mir noch Holz, ne? Hast du gesehen? Ich habe schon festen Dings gebaut. So, weil hier ist so ein Holz, dann an die Feststellung. Ich habe hier gerade reingeschaltet. Genau. Ja. Machen wir das so. verabscheue ich mich oder wir uns oder bis zum nächsten mal